Willkommen zur Monsterjagd Teil sonst was Wir können nämlich treffen wenn ich auf den Zug komme Da, zieh ich gar nicht gebraucht komm her komm her Au 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 Ich hätte noch einen Da Ja Ich bin, da habe ich erst ein bisschen Angst Ich habe nichts mehr Wir müssen mal wieder was essen Da, Rottenfleisch Nein Was? War das denn? Weiß ich gar nicht Also können wir die verletzen aber wir können uns nicht verletzen Danke Wir müssen mal mehrere Spinnen finden Da ist ein Enderman Den möchte ich nicht haben Da ist ein Creeper Der Creeper, der wird jetzt mal sterben Oder er wird getötet Au Kommt da was Scher doch ein Ja, hier waren wir schon Ich fall da nicht drauf rein Au Das habe ich gewusst dass da einer runterfällt Hä Hä Wo bist du? Da bist du runter da runter da runter da Au schnell hoch das ist ein Oh es wird Tag Möchte das Eis Möchte das Eis Möchte Eisen haben Kommt der Na der läuft da wieder Nein, das ist nicht Ich glaube ich kann das nicht schaue Moment Da ist doch einer Nein, das geht zurück Wir sind in der Schlucht Die Schlucht ist gut In the Lone Creeper Hallo Oh oh Ich hoffe ich bin da jetzt schon drauf reingefallen War das Fleisch da unten Da waren wir doch überall schon Ja, das war doch diese Höhle wo da Wasser ist Hier waren wir schon Aber hier waren wir noch nicht Ich weiß immer noch nicht Was das hier eigentlich finde Ich hab dich gesehen Da bist du Hier waren wir glaub ich auch schon Nein, hier waren wir noch nicht Überall ist dunkel Ich mag die Dunkelheit nicht Guck mal hier ist das so Hier haben wir schon ein Ding gefunden Hier möchten In die Tiefe In die Tiefe Ich werde doch Prosti Spinni, Spinni, Spinni Kommt nicht von unten runter Wollte ich ja Ist doch da unten Jetzt weiß ich doch Scherzi Die ist doch irgendwo Irgendwo hier unten Da Das ist Creeper Wieder mal Hier, ich sehe nichts Wo lang Da Kommt was? Hallo Das Wasser Hä? 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 Ja Okay Hier war Hier ist nichts Wir gehen mal da weiter Schönen Zombie Hier einen Da ist Creeper Das ist doch wohl nicht Das ist doch wohl nicht Viele Creeper tauchen denn hier auf Hä? Ist da was ja? Warte ist was ja nicht Immer noch zwei Creeper Wir sind schon dagegen kämpfen Oh mein Gott Au 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 Rein, rein, rein hier Na du bist ok 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 wir müssen uns hochkramen oh mein Gott nein nein das ist nicht wahr nein nein was soll ich jetzt tun oh nein wir hatten so viel Eisen dabei und ich hab es ist nicht gesichert welche Hülle waren wir jetzt nein das gibt's doch nicht hier waren wir wir waren wir sind doch ganz runtergegangen das ist nicht warum habe ich mich nicht ausgerüstet nein da ist nichts hier ist nichts hier ist die Schlucht das ist gut hier waren wir nicht wir sind irgendwo runtergegangen da sind wir rein wir können es vielleicht noch schaffen unsere Sachen sind wir nicht verloren das sind sie wir waren hier nicht ich frage mich aber trotzdem mal hier hoch das hier kommt mir bekannt vor wir waren hier doch vor kurzem erst wir waren hier nicht schon kurz mehr wo sind wir denn jetzt wo sind wir denn jetzt oh oh ich sehe was ich sehe Augen hier ist alles dunkel dann sind wir hier rein dann sind wir hier rein ich glaube wir hier oder nein oh nein wir unsere Sachen sind verloren wo sind wir denn hier da sind wir nicht hier rein hier sind immer tiefer gegangen wo sind wir hier glauben wir mal ja genau hier waren wir doch hier war die Sackgasse und sie war da lang sind wir hier runter nein da sind sie und hier waren die Creeper und der Quatsch und dann sind wir hier hoch und ein Creeper toll schafft nichts explodiert explodiert danke na ganz toll dann haben wir den Weg verloren da eine Fackel Redstone Redstone ich glaub's nicht hier ist Redstone wo sind wir denn hier wo sind wir denn hier wir sind doch hier irgendwo lang oder also ich kann nur sagen wir sind unsere Sachen sind verloren wo sind wir denn lang wir sind hier gekommen wer war das nicht hier so sind wir hier runter sind wir hier runter nein das ist ja der gleiche Weg häh ohhhh ich hab den Weg verloren Prozent unsere Sachen sind alle verschwunden und jetzt kann ich jetzt selber nicht mehr aber das ist aber nicht wir hatten irgendwas 60 Eisen Moment, hier waren wir auch von da sind wir gekommen, wir sind da rein Nein, hä? 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 Wir sind doch von hier irgendwo gekommen Nein, von da nicht oder doch vielleicht sind wir von hier gekommen und sind dann so unter weiter oder was da waren wir nicht, wir sind doch hier runter Hä? 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 Hä?